Hallo und herzlich willkommen, liebe Solopreneure. Hier ist die Shalia. Es ist eine Weile her, seitdem ich ein Videolive gemacht habe hier auf Facebook. Und einige Leute haben schon begonnen, sich ein bisschen zu melden diesbezüglich und zu sagen, Shalia, wo warst du in letzter Zeit? Und ja, ich habe letzte Woche, die letzten paar Wochen sogar intern ganz, ganz, ganz viele Videos gedreht. Und es wird ein neues Freebie geben, wo wir 30 Tage, 31 Tage, so etwas in die Richtung Zeit zusammen verbringen. Und dort werden alle Videos dann freigeschaltet. Bis dahin wollte ich heute einfach mal auftauchen. Ich habe FreeFlow und möchte mit dir, mit euch über das Thema Zeiteffizienz für Solopreneure sprechen. Und ich denke schon eine Weile über dieses Thema nach. Und zwar ausgelöst durch eine Masterklasse vor kurzem, wo ich Teilnehmerin war in der Supercoach Academy. Und zwar ein Thema, worum es ging, war um Business Building. Dirk ist neben mir ein Knochen, deswegen ist es gerade ziemlich laut auf der anderen Seite. Entschuldigung, wenn das störend sein sollte. Ja, Zeiteffizienz. Also, worum ging es in dieser Masterklasse und was hat mich dort, woran hat es mich erinnert? Und viele von euch, die mich schon kennen, hallo Carina, schön, dass du da bist. Ihr wisst vielleicht, dass ich in der Vergangenheit in meinem Solopreneur-Business einige Jahre erlebt habe, in denen ich mich sehr gestresst und ausgelaugt und abgerackert gefühlt habe in meinem Solopreneur-Business. Und damals, wenn du mich gefragt hättest, woran liegt das, dann hätte ich gesagt, ja, es gibt so viel zu tun als Solopreneur. Man muss das Marketing machen. Es gibt die Kunden-Delivery, also das, was man ausliefert als Coach und Trainerin. Es gibt Administration, es gibt Teamführung, es gibt Gespräche mit Kooperationspartnern und, und, und. Ich hätte dir eine riesige Latte an Tätigkeiten aufgeführt und gesagt, schau bloß in meinen Kalender, all die Termine, die ich habe, und dann wirst du sehen, warum ich mich gestresst und ausgelaugt fühle. Nun, ich habe das natürlich in der Öffentlichkeit gar nicht gesagt, weil ich das verdecken wollte von allen, dass es mir so ging. Aber mein Verständnis war ein solches, dass ich dachte, die Dinge im Außen machen, dass ich mich im Innen nicht entspannt fühle. Und heute sehe ich das natürlich ganz anders, sonst würde ich dieses Video nicht dazu drehen. Nämlich die Ursache von, von das ausgelaugte Gefühl oder das ausgebrannte Gefühl liegt in der Tat woanders. Und in der Masterclass, die ich gerade erwähnt habe, kam das so klar zum Vorschein. Und zwar ging es um eine Art von Zeitstempel. Und ich erkläre das. Warte mal, ich lasse den Dück mal schnell aus der Tür raus. Dück, willst du raus? Wieder reingehen? Ciao. So, du kannst auch hierbleiben, wenn du möchtest. Meine Güte, der Hund weiß nicht, wo er sein möchte, unten oder oben die ganze Zeit. Na jedenfalls, es ging um eine Art von Zeitstempel. Und zwar stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, kennst du das in der Arbeit früher, so in Fabriken? Und ich weiß nicht, wo man das sonst genutzt hat. Vielleicht in Beamtenbüros. Es gab so diesen Zeitohr, wo man so einen Stempel gemacht hat, wann man die Arbeit angefangen hat und wann man wieder geht. Oder es wurde dann dokumentiert und man sollte eine gewisse Zeit vorhanden sein in der Arbeit. Nun stell dir vor, als Solopreneur, dass du ebenfalls eine Zeitohr bei dir im Büro hängen hast. Stell dir vor, meins wäre dort und diese schöne weiße Wand. Und du würdest jedes Mal deine Karte da reintun, um einen Stempel zu bekommen, jedes Mal, wo du deine Aufgabe verändern würdest. Und stell dir vor, es gäbe vier Arten von Stempel, die du machen könntest. Ein Stempel wäre, du steckst die Karte rein, wenn du effektiv an deinem Business arbeitest. Das wäre zum Beispiel wie heute. Ein Facebook-Live-Video, wo ich einfach auftrete, Sichtbarkeit erzeuge als Coach und Trainerin und Mentorin und sage, hier bin ich und ich habe was zu sagen. Ich arbeite jetzt gerade effektiv an meinem Business. Was noch, wenn ich eine Rede halte vor dem Publikum, das ich haben möchte als mein Zielpublikum und ich meine Kompetenz zeige. Wenn ich ein Drei-Tage-Intensive mit meinen Kunden halte. Am Wochenende habe ich Coachings gehalten, um meine Säge zu schärfen für Coaching im Allgemeinen als Transformative Coach. Das sind alles Tätigkeiten, wo ich effektiv an meinem Business arbeite. Okay, das wäre eine Kategorie, wo du eine Zeit zur Uhr reinsteckst. Die zweite Kategorie wäre eine Kategorie wie ich lade meine Batterien wieder auf. Oder ich sage immer gerne, ich fülle meine Öllampe auf, sodass ich wieder leuchten kann, sodass ich wieder erholt bin. Denn das gehört für mich im Leben eines Solopreneurs auf jeden Fall zu einer wichtigen Kategorie, wo es einen Zeitstecker geben sollte. Weil wenn du merkst selber, dass du deine wichtigste Ressource bist, dann wirst du erkennen, dass diese Zeiten auch einen unglaublich hohen strategischen Wert haben in deinem Business. Und auch nebenbei eine schöne Sache sind. Also ich gebe dir ein Beispiel. Diese Woche mache ich eine Free-Flow-Woche. Das heißt, ich bin total im freien Flow, ohne viele Termine im Außen. Ich war heute stundenlang über die Hügel spazieren mit dem Hund und mit einer Freundin. Wir sind voll in einen Hagelsturm gefangen worden. Oh, das sind Herzliches dazu. Hi Doris, schön, dass du auch da bist. Und ich bin nachher zu Tarkan rübergefahren nach Bad Soden. Und er hat mich zwei Stunden durchtrainiert. Deswegen bin ich noch in meinen Workout-Klamotten und so schwitzig. Also das wäre die Geschichte, wo ich meine Zeitstempel mache für, ich lade meine Batterien wieder auf. Okay? Also das sind die ersten beiden Kategorien. Ich arbeite effektiv an meinem Business oder ich lade meine Batterien wieder auf, was eine auch sehr wichtige strategische Aufgabe ist. Die dritte Kategorie möchte ich nennen, intellektuelle Überlegungen. Und zwar, es ist die Zeit, wo ich nicht effektiv an meinem Business arbeite, sondern ich denke darüber nach, was ich tun werde, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, wie auch immer deine Zeitspanne ausschaut. Aber es ist eine vorausschauende, planende Tätigkeit, die ich anschmeiße, um logisch-analytisch zu denken und ich plane ein paar Dinge voraus. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ein System in meinem Business, es nennt sich Sweet Process und wir stellen dort die ganzen Prozesse von meinem Business rein, dokumentiert Schritt für Schritt mit einem Owner für verschiedene Teammitglieder. Und wir sind gerade dabei, einige der Prozesse noch zu aktualisieren. Und es könnte eine Zeit geben, wo ich kurz mich hinsetze und überlege, was sind die nächsten Prozesse, die anstehen und überlege, an wem ich das verteile und so weiter und so fort. Oh, das hat auch ganz viele lächelige Gesichter gebracht. Scheinbar, die Leute lieben Prozesse. Das wäre eine intellektuelle Arbeit, wo ich planerisch in die Zukunft gucke. Und da würde ich einen Zeitstempel reintun. Die vierte Kategorie ist folgender. Es ist ein Überdenken. Ich nenne das einfach geradeaus, wie es ist. Also ich verschönere das nicht und schmiere keinen Honig unter den Mund. Ich sage es einfach, wie es ist. Das ist ein Überdenken. Was meine ich damit? Ich meine, das sind Zeiten, wo Gedanken reinfließen. Unsichere Gedanken für gewöhnlich. Und diese unsicheren Gedanken sagen dir oder sagen mir, Shelly, du bist nicht gesichert für die Zukunft. Du bist gefährdet. Wenn du nicht einen Podcast aufbaust, dann bist du gefährdet, weil andere einen Podcast haben. Ich erfinde gerade einfach Sachen. So denke ich in letzter Zeit nicht, aber ich erfinde Sachen. Oder meine unsicheren Gedanken könnten mir sagen, dein E-Mail-Newsletter geht viel zu wenig regelmäßig raus. Du müsstest doch einmal pro Woche anstatt aller 14 Tage. Oder meine unsicheren Gedanken könnten über mich schwappen und sagen, du müsstest doch deine Liste noch weiter aufbauen. Andere Leute haben wesentlich größere Listen. Wie solltest du jemals eine Unternehmerin werden, wenn du nicht an deiner Liste arbeitest? Oder ein Beispiel von dieser Woche. Wirklich wahrhaftig ist es mir passiert. Wir haben gerade eine riesengroße Renovierung geplant in unserem Haus, was über die nächsten zwei Monate stattfinden wird, wo wir auch ein ziemliches Budget dahinter stecken. Und gleichzeitig gab es was privat auf der finanziellen Seite, was plötzlich eingetreten ist, wo ich den unsicheren Gedanken hatte, oh Gott, das ist genau der falsche Zeitpunkt für diese Überraschung. Wir haben gerade diese Renovierung geplant. Wie soll das ausgehen? Und mein kleines Grilllein hat dann plötzlich begonnen zu sagen, du musst mehr Geld verdienen. Du musst mehr Programme launchen. Warum hast du noch nicht ein passives Produkt, was du einfach anschmeißen kannst für eine solche Situation? Und diese Seiten von unproduktiven Denken, dieses Überdenken ist eine solche, wo wir in eine Art von Gedankenkarussell gehen und wir denken darüber nach und wir denken darüber nach und wir denken darüber nach, ohne jemals zu einer Lösung zu kommen. Über all diese Dinge, die wir machen sollten und wo wir nicht gut genug sind und so weiter und so fort. Da würdest du eine Zeitkarte nehmen, einen Stempel machen und bei dir prüfen, wie viel Zeit verbringst du in deinem Business in diesem unproduktiven Denken. Und hier ist das Ding, was ich gesehen habe oder die meisten gesehen haben in dieser Masterclass, von der ich gesprochen habe, ist, dass die meisten Menschen unschuldigerweise, sie machen das nicht, um sich selber kaputt zu machen oder weil sie doof sind. Es liegt einfach ein Missverständnis vor und sie denken zu viel, viel zu viel, zu viel, zu viel. Und nicht das Tun in ihrem Business und nicht das bisschen intellektuelles Vorplanen für die Zukunft erschöpft sie, sondern diese Gedanken über ihr Business, über diesen Fehlens sollten, müssten, ungut, unsicher, macht ihn richtig, richtig müde, ausgelaugt und gestresst. Das heißt, was ich hier ganz klar sage, ist, nicht dein Business macht dich gestresst, sondern deine unproduktiven Gedanken über dein Business machen dich gestresst. Und in die Runde gefragt, an dieser Masterclass, wurde folgende Bitte ausgesprochen. Und ich schaue mal, ob ich es hier zeichnen kann. Stell dir vor, du hättest also diese Side-Uhr und du würdest das wirklich messen und hier wäre ein ganzer Kuchen von dem, was du tatsächlich machst. Wie viel Aufteilung hättest du gerade von diesen vier Dingen, wo du zum Beispiel vielleicht, keine Ahnung, 30% tatsächlich an deinem Business arbeitest. Die meisten haben hier vielleicht 10% von Erholung. Dann, was würde das noch ergeben? Und 10% von Intellektuellem Nachdenken über die Zukunft. Das wäre dann 50%. Und tatsächlich, für die meisten ist die restlichen 50% oder mehr unproduktives Überdenken, Nachdenken über Dinge, die nicht echt sind, die nicht real sind. So. Die erste Aufgabe natürlich für dich ist, wenn du möchtest, ist mir zu berichten, wie würde dein Kuchen quasi aussehen, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist und hinschaust, wie viel Zeit verbringst du in jeder Kategorie. Und es gibt kein richtig oder falsch, aber wenn dieses unproduktives Überdenken Einzug hält und ein Übermaß ist, dann kann es eine gute Begründung sein, dafür, warum du dich gestresst und ausgelaugt fühlst. Und die zweite Frage, die du wahrscheinlich hast, wenn du gerade zugehört hast, ist, Schalia, ich weiß, dass ich das tue. Ich habe das auch über Jahre gemacht. Und die Frage, die wahrscheinlich kommt, ist, wie höre ich aber damit auf? Und meine Antwort wäre, es gibt nichts zu tun, es gibt was zu sehen. und was ich meine damit ist, du musst nicht an dir arbeiten, um diese Gedanken loszulassen, sondern was du sehen musst, ist, dass sie nicht helfen. Und das macht, das ist ein Unterschied, der einen großen Unterschied macht, weil wir, wenn wir im Überdenken sind, glauben, dass es hilfreich ist, sonst würden wir es nicht machen. Wir denken, es hilft mir, wenn ich über diese unsichere Dinge nachdenke, weil wenn ich nicht darüber nachdenke, dann werde ich dann unsicher. Ich gebe dir ein Beispiel. In diesem Beispiel mit unserem Renovierungsprojekt und dieser überraschenden finanziellen privaten Situation, die aufgekommen ist, als diese Gedanken über mich schwappten, oh Gott, du bist nicht mehr sicher, du musst mehr Geld verdienen, um dieses Projekt weiter voranzubringen, zu treiben. Ich habe irgendwann mal vor einigen Jahren gesehen, dass es nicht echt ist, dass es keine verlässliche Information ist und dass es mir nicht hilft, in Gedanken darüber nachzudenken. Früher, als ich gedacht hätte, es hilft mir, weil dann komme ich auf Ideen für Produkte, dann komme ich auf eine Idee für einen Launch für dieses Produkt, dann komme ich auf Ideen, wie ich Revenues generieren kann und so weiter. Dann hätte ich das gekreist und gekreist und gekreist über Stunden, Tage, Wochen, Monate, wie auch immer lange es angegangen wäre. Heute kann ich loslassen und ich kann sehen, das ist keine hilfreiche Aktivität und weil ich das so tief sehen kann, bin ich wie Teflon, ein bisschen wie Teflon. Diese Gedanken kommen und die gleiten wieder von mir ab. Und sobald sie weg sind, habe ich wieder Klarheit und in diesem Moment, in diesem Augenblick von Klarheit, dann kann ich sehen, ob es wirklich was zu tun gibt oder nicht. Und in diesem Fall habe ich gesehen, es gibt nichts zu tun. Das war einfach ein inneres Aufscheuchen von unsicheren Gedanken und mehr war das nicht. Als sie weg waren, war ich wieder friedlich und wieder gut und ich bin einfach heute in den Wald, in den Sport und so weiter gegangen. So, das war es von heute. Zeiteffizienz für Solopreneure. Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was bewegt dich zu diesem Thema? Schreib mir in den Kommentarbereich und teile mir vor allem deinen Zeitkuchen mit. Die ist vor allem für dich und nicht für mich, aber es interessiert mich, das zu sehen. Dir einen schönen Tag und bis demnächst. Ich freue mich auf dich. Tschüss.